Na gut, da haben sie ja überlebt, aber meistens irgendwie... Na ja, das ist ganz falsch nummeriert worden und alle. Na ja, Jerry aus Australien hat doch hier, hat dir gesagt, dein ganzes Vermögen hat er hier angelegt in die Pflanzen und alle. Und ich hab die hier gegossen, das war ja meine Aufgabe gewesen. Das hab ich auch jede Woche gemacht und alle. Das ist aber falsch nummeriert worden hier. Ich hab 28, hier ist 29 nummeriert und das ist jetzt hier, das ist eine Sonnenblume, hab ich jetzt gegossen. Na ja, das ist auch nicht schlecht. Das wird Ihnen auch freuen, denke ich mal.